Oh ja liebe Leute, heute mal was anderes. Heute gibt es Warframeos und Livestreamos auf Twitch einmal als Test. Und ja, ich würde sagen, ihr kommt, wenn ihr kommen könnt, und wir testen einmal Twitch aus mit Warframe. Wenn ihr dazu Fragen habt, natürlich Fragen. Aber das natürlich dort. Oder auf YouTube. Nein, nein, nein. Nein. Könnt ihr auch unter diesem Video fragen. Kommt natürlich Antwort erst nach Livestream, aber... Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Nein? Kommt!